Was ist das denn für ein Quiz? Immer auf die Frage der Vorantworten, ne? Ja, mit den Fragen. Das ist anspruchsvoll, das ist echt anspruchsvoll. Wir freuen uns auf euren Support gegen Mainz 05. Aufgepasst Atta! Welche Sportart betreibst du? In welcher Sportart bist du schlecht? Fußball. In welcher Sportart wurde Sebastian Vettel Weltmeister? Volleyball. Was schaust du gerne im Fernsehen? Formel 1. Dabei musst du regelmäßig lachen. Horrorfilme. Vervollständige den folgenden Vereinsnamen. Erster FSV Mainz. Komödien. Wie geht das Spiel aus Sicht der Mainzer aus? 5. War richtig? Ja, sehr gut, Atta. Boah, stark, Alter. Geil, Bruder. Hahaha. Ohhh Victoria. Ich hab den Wahnsinn. Untertitelung des ZDF, 2020